Wenn ihr dieses Jahr auf erneuerbare Energien in eurem Haus setzt, dann könnt ihr ordentlich sparen und eine Reihe von staatlichen Zulagen und Zuschüssen abgreifen. Mit einer eigenen Photovoltaikanlage oder einer guten Wärmedämmung senkt ihr zudem bis zu 40% Energiekosten, um nur zwei Beispiele zu nennen. Bevor es losgeht, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Tipps zu Immobilien-, Vorsorge- und Versicherungen zu verpassen. Es gibt vier wichtige Arten und Anlaufstellen für die staatliche Förderung von energetischen Maßnahmen. Die KfW, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Förderstellen auf Landes- und kommunaler Ebene und zuletzt natürlich auch attraktive Steuervorteile. Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, gibt es eine Reihe an Förderkrediten extra für Leute, die ihr Haus und ihre Energieversorgung nachhaltig errichten. Das Besondere an diesen Krediten ist der günstige Zinssatz und die vorteilhafte Rückzahlung. Teilweise müsst ihr nämlich zu Beginn nur die Zinsen zahlen, das nennt sich dann tilgungsfreie Zeit. Folgende Maßnahmen werden gefördert. Zum einen die Nutzung einer Photovoltaikanlage oder andere Arten der nachhaltigen Stromerzeugung durch Wasser, Wind oder Biogas. Hier liegt der Zinssatz aktuell bei 4,33% und es ist eine tilgungsfreie Zeit möglich. Weiterhin wird der Bau oder Kauf eines energieeffizienten Hauses oder die komplette Sanierung eines bestehenden Hauses zu einem Haus mit besserer Effizienzhausstufe gefördert. Baut ihr das Haus neu, dann muss für den Förderkredit mindestens die Effizienzhausstufe 40 erreicht werden. Beim Effizienzhaus handelt es sich um einen technischen Standard, an dem sich die Förderung orientiert. Er spiegelt wieder, wie energieeffizient ein Haus im Vergleich zu einem Referenzhaus ist. Je kleiner die Zahl, desto effizienter ist das Haus und desto höher die Förderung. Eine genauere Erklärung findet ihr unter diesem Link. Wollt ihr euer Haus oder eure Wohnung in ein Energieeffizienzhaus umbauen, dann könnt ihr zum Beispiel die Dämmung von Dach oder Fassade verbessern, die Fenster oder Heizung erneuern oder eine Photovoltaikanlage einbauen. Für solche Umbaumaßnahmen könnt ihr auch einen Energieeffizienz-Experten hinzuziehen, dann bekommt ihr sogar 50% der Kosten für diese Expertenbegleitung erstattet. Den Förderkredit für eine solche Sanierung gibt es ab einem effektiven Jahreszins von 0,01%. Hinzu kommt noch ein Tilgungszuschuss abhängig von der erreichten Effizienzhausklasse. Wenn ihr beispielsweise durch die Sanierung einen Effizienzhaus 40 erreicht, erhaltet ihr einen Tilgungszuschuss von 20%, bei der nächsthöheren Klasse sogar 25%. Einen Bonus-Tilgungszuschuss gibt es, wenn man ein Haus saniert, das zuvor zu den ineffizientesten 25% der Gebäude Deutschlands gehörte. Auch die Höhe des Kredits hängt von der angestrebten Effizienzhausklasse ab. Maximal gibt es 150.000 Euro pro Wohneinheit. Übrigens gibt es auch hier eine tilgungsfreie Zeit. Interessiert ihr euch für die KfW-Förderkredite, dann sprecht mit eurem Bankberater. Die Kredite beantragt nämlich nicht ihr direkt bei der KfW, sondern über eure kreditgebende Bank. Die KfW ist aber nicht die einzige Stelle, die energetische Sanierung fördert. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, gibt euch Geld für verschiedene Einzelmaßnahmen, die Gebäude klimafreundlicher machen und Energiekosten senken. Zum Beispiel durch eine neue Heizung. Hier kann man mit einer Wärmepumpe beispielsweise bis zu 40% Förderung abgreifen. Das sind mehrere tausend Euro, die der Staat übernimmt. Und auch bei der BAFA gibt es 50% der Kosten für eine Baubegleitung durch einen Experten zurück. Außerdem wird der Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz gefördert, ebenso wie die Dämmung von Wänden oder der Austausch von Fenstern. Für die Verbesserung von Wänden und Fenstern bekommt ihr 15% der Kosten erstattet. Hier seht ihr eine Übersicht über alle Fördermaßnahmen der BAFA. Wir verlinken euch die Tabelle auch nochmal unten in der Infobox. Kurz einige Infos zu Förderprogrammen auf Landes- oder kommunaler Ebene. Erkundigt euch, welche Programme es für Sanierungen oder umweltfreundliche Stromerzeugung in eurer Region gibt. In Berlin werden beispielsweise Speicher für Solarstrom für Ein- und Zweifamilienhäuser mit 300 Euro pro Kilowattstunde gefördert. Wer ein Mehrfamilienhaus mit einem Stromspeicher ausstattet, erhält 65%, maximal 30.000 Euro der Kosten vom Staat zurück. Außerdem gibt es in Berlin zum Beispiel das Förderprogramm Gründach Plus der Investitionsbank Berlin, das hohe Zuschüsse für die nachhaltige Begrünung von Dächern und Fassaden vorsieht. Einen Überblick über Förderangebote von Ländern, Bund und Europäischer Union gibt es in der Förderdatenbank der Bundesregierung, wo ihr dann einfach nach eurem Bundesland filtern könnt. Den Link packen wir euch auch unten in die Infobox. Was für Steuervorteile gibt es bei der energetischen Sanierung? Es gibt zwei Steuerermäßigungen, die ihr unbedingt kennen solltet, wenn ihr euer Haus energieeffizient und nachhaltig gestaltet habt. Die für energetische Sanierung und die für private Photovoltaikanlagen. Bei der energetischen Sanierung könnt ihr 20% von der Steuer absetzen, maximal 40.000 Euro pro Objekt. Dies verteilt sich auf drei Jahre und man muss die Sanierungsmaßnahmen in jedem davon in der Steuererklärung angeben. Die Kosten für die energetische Baubegleitung sind sogar zu 50% absetzbar. Damit das auch anerkannt wird, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Zum einen muss die Immobilie selbst bewohnt sein oder zumindest nicht kommerziell genutzt werden. Zum anderen muss sie mehr als 10 Jahre alt sein und ihr braucht eine Bescheinigung darüber, dass die Sanierungsmaßnahmen den Anforderungen entsprechen. Wenn ihr nicht sicher seid, ob diese Anforderungen erfüllt sind, dann fragt am besten schon vor Beginn der Arbeiten beim Finanzamt nach. Und neu seit Anfang 2023, die Mehrwertsteuer auf die Anschaffung von neuen Photovoltaikanlagen wurde auf 0% gesenkt. Ihr kauft die Anlagen und auch Batteriespeicher quasi steuerfrei. Und die Einnahmen aus dem Verkauf von eurem Solarstrom oder wenn ihr den Strom zur Eigenversorgung nutzt, sind von der Einkommenssteuer befreit. Dies gilt rückwirkend seit dem 1. Januar 2022. Wichtig dabei ist der Standort und die Maximalleistung eurer Anlage. Kleine Anlagen unter 30 Kilowatt Peak sind grundsätzlich befreit, wenn sie sich auf einem Einfamilienhaus, Nebengebäuden oder Gewerbeimmobilien befinden. Anlagen auf Mehrfamilienhäusern oder gemischt genutzten Gebäuden sind befreit, wenn die Maximalleistung 15 Kilowatt Peak beträgt. Wenn ihr euer Haus oder eure Wohnung energieeffizient gestaltet, um eure Energiekosten zu senken, dann vergesst nicht, einige der vielen Zulagen und Zuschüsse vom Staat abzugreifen. Damit euch das gut gelingt, haben wir noch vier wichtige Tipps für euch. Erstens, stellt eure Förderanträge vor Beginn der Arbeiten. Zweitens, eine professionelle Begleitung beim Bau oder Umbau ist sehr zu empfehlen, damit sichergestellt ist, dass alle Voraussetzungen erfüllt und die Effizienzziele erreicht werden. Drittens, achtet darauf, dass ihr die Höchstgrenzen für Förderungen nicht überschreitet. Und viertens, prüft vorab, welche Förderungen sich miteinander kombinieren lassen und welche nicht. Ihr könnt zum Beispiel einen KfW-Kredit und eine BAFA-Förderung für Einzelmaßnahmen kombinieren, müsst jedoch klar trennen, was davon für welche Maßnahme genutzt wird, sodass es nicht zu einer Doppelförderung kommt. Eine Förderung der KfW oder des BAFA für Sanierungsmaßnahmen kann nicht gleichzeitig mit der Steuerermäßigung für energetische Sanierungsmaßnahmen genutzt werden. In der Regel findet ihr bei den Fördergebern Merkblätter mit den Richtlinien dazu, was sich kombinieren lässt und was nicht. Wie ist das bei euch? Habt ihr eine Photovoltaikanlage oder eine Wärmepumpe oder plant eure Immobilie energieeffizient und umweltfreundlich zu gestalten? Schreibt es uns mal unten in die Kommentare. Hier findet ihr noch ein Video dazu, wenn ihr mithilfe eurer Immobilie eure Rente aufbessern wollt. Hat euch das Video hier geholfen, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.